Hey Freunde, willkommen zu einem weiteren super leichten Achievement Guide für 1€ heute mit Steam Engine. Das Spiel gibt es für die Playstation 4, aber aktuell werdet ihr es im Store nicht finden. Um es runterzuladen, müsst ihr in den Store auf der Playstation 4 gehen, dann auf Brandheiß, dann wechselt ihr auf den Tab Neue Spiele und drückt auf Mehr ansehen. Dort wird das Game dann erscheinen, aber wenn ihr es sucht, dann wird es nicht angezeigt. Das Spiel ist im Prinzip sehr einfach, ihr müsst einfach dauernd den Viereckknopf drücken, um Geld zu verdienen. Wenn ihr einen Turbo Controller habt, dann geht das Ganze in ungefähr 15 Minuten, aber mit einem normalen PS4 Controller dauert es ca. 40. Den Button kann man auch upgraden, indem man X drückt, das habe ich gerade gemacht. Und dann bekommt man eben mehr Geld und das geht bis zu einem Maximum von 101 Dollar. Also drückt hier erstmal komplett den Press Button hier, diesen Viereck, damit das komplett abgegradet ist. Und außerdem gibt es noch mehr Tabs, z.B. hier. Dort können wir auf Install Gear drücken, dann kaufen wir so ein Zahnrad, bekommen dann pro Sekunde automatisch Geld, auch wenn wir nicht den Viereckknopf drücken. Und Install Pipe können wir auch auswählen, dann bekommen wir auch wieder mehr Geld. Und wir müssen alles, was hier in diesem kleinen Tab ist, komplett upgraden. Jedes Upgrade kostet natürlich ein bisschen mehr Geld, aber ihr bekommt auch mehr Geld pro Sekunde. Hier im ersten Tab seht ihr ganz unten Education, das muss man auch dreimal insgesamt upgraden. Außerdem gibt es hier Clean the Rust und Clean the Tanks. Clean the Rust müssen wir nur einmal drücken, damit wir eben ein Achievement dafür bekommen. Und Clean the Tanks ebenfalls einmal, das können wir aber erst tun, nachdem wir uns einen Tank gekauft haben. Der kostet jetzt am Anfang 150.000 Dollar. So, jetzt bin ich ein bisschen weiter im Spiel. Ich habe gleich eine Million und da unten kaufe ich jetzt dieses Education zum dritten Mal, bekomme das Achievement dafür. Und jetzt können wir im dritten Tab auch noch einige andere Sachen auswählen. Und das seht ihr hier, die Lokomotiven Engine, Steamship Engine und Lokomobile Engine. Die müssen wir auch alle drei einmalig kaufen. Jedes davon gibt uns ein Achievement. So, hier upgrade ich jetzt diesen Button. Bisschen spät, aber besser als nie und bekomme auch ein Achievement dafür. Und ab und zu geht mal auch was kaputt. Da bekommt ihr eine Audio-Meldung und auch hier einen roten Text. Da müsst ihr auf Repair gehen, sonst verliert ihr pro Sekunde Geld. Und ja, das ist das ganze Prinzip des Spiels. Also ihr müsst im dritten Tab alle Sachen einmal kaufen. Im zweiten Tab hier alles einmal komplett bis zum Ende hin upgraden. Da ist zum Beispiel bei der Pipe das letzte kostet 65 Millionen Dollar. Also das dauert ein bisschen. Und im ersten Tab müsst ihr nur die Education alle kaufen. Plus einmal auf Clean All Tanks und Clean the Rust drücken. Je mehr Upgrades ihr euch kauft, desto mehr Geld bekommt ihr auch pro Sekunde. Teilweise sind es knapp eine Million. Also danach geht es ein bisschen schneller mit dem ganzen Geld sammeln. Und das Hauptziel ist jetzt, wenn ihr alles geupgradet habt, dass ihr eine Milliarde Dollar sammelt. Dafür könnt ihr eben den Button spannen oder mit eurem Turbo-Controller, wenn ihr einen habt, einfach mal gedrückt halten. Oder ihr wartet einfach passiv, bis ihr automatisch auf diese eine Milliarde kommt. Und dann war es das. Dann habt ihr Platin. Und ja, ungefähr 39 Minuten hat es bei mir gedauert, ohne den Turbo-Controller. Also Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Gebt mir gerne Feedback. Und wir sehen uns dann im nächsten Guide wieder. Haut rein und bis bald. Wenn euch das gefallen hat, dann schaut gerne in meine anderen Videos vorbei. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr auch gerne abonnieren. Danke fürs Zuschauen, Leute.